Ja. Vielen Dank. Jetzt kommt ein etwas Besinnliches, das heißt auch schon wieder, Waiting for Pia. Hier ist ja auch Pro Islamic Aliens von Rüdiger Newey, den muss ich doppeldeutschlich interpretieren. In Zusammenarbeit mit dem Islam hat der Erfolg gezeigt bei Rüdiger Newey, deswegen muss man so stehen. Danke. Rüdiger Newey 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 Rüdiger Newey